Ich bin heute mit einem Mädchen zusammengerämpelt, aus Versehen. Und ich finde sie wunderschön. Entschuldigung. Das macht doch nichts. Und ich glaube, ich kenne sie auch irgendwoher. Ich mag ihr aussehen. Angefangen bei ihren Haaren und ihrem wunderschönen Lächeln. Sind wir nicht letztens zusammengestoßen? Stimmt. Ich weiß nicht, wie ich mich in ihrer Gegenwart verhalten soll. Du musst wirklich anfangen, offener zu werden. Wenn du hier keine Chance ermöglichst, flüchtig wird sie sich von dir abwenden. Du siehst traurig aus. Irgendwie bin ich das auch. Dieser Boxack ist deine Angst. Und mit jedem Schlag, mit jeder Bewegung bekämpfst du diese Angst. Hättest du mal Lust, mit mir was essen zu gehen? Ja. Wieso nicht? Ich mag dich. Was findest du nur an dem Typen? Ich find ihn irgendwie süß. Er hat seine Eigenarten, aber genau die machen ihn sympathisch. Frauen wollen überrascht werden. Und sie wollen Männer, die sich was einfallen lassen. Denn das zeigt, dass sie nicht nur eine einmalige Sache für sie sind. Versuch mir, Eigeninitiative zu zeigen und ihre Signale richtig zu deuten.